Und du sagst, du hast den ersten Eindruck, falls du da? Das ist schön, ja. Mir gefällt es gerade da. So viel Grün. Ja, ja. Ja, sie ist total nervös. Ich bin total nervös. Ja, gerade viele habe ich noch nicht mit ihr geschwätzt. Aber mal, könnte es schon passen kommen. Ja, das wird schon noch in die Gänge kommen. Dass wir uns vertrauter werden, zum Beispiel. Und dann wollen wir schon mehr zum Reden haben. Ja. 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 Ja.